so meine damen und herren herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge badwars ich komme da nicht an aus der sicht von wiko haben wir letztes mal vergessen dazu zu sagen zwei runde auf unsere lieblings map aus meiner sicht eine zwei runde haben wir nicht gerade für es ja ja egal kannst du platzangst war echt nicht dabei glück das flusswert gerade gestorben das flusspferd hat jemand bogen so ich habe mir ein schwert gemacht auch noch immer sieben oder acht fleisch so zack 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 also ist der profi sieben oder acht fleisch haben nach jahren ergeben dass das die perfekte lösung ist also den mann das hättest du filmen sollen filmen mit deiner videokamera auch viel gold ok ja also so zwischen eisen und gold ne base ja mann die haben einfach keinen bock auf gold gerade ich hole mir mal neues noch mal da ist kein perfekt hier dein bogen schnell ich habe mit dem aus versehen geschossen zwei gold zufällig hier nehm alles ok danke ich mache wieder ein eisen schnell dann sind wir schon auf der saferen zeit ich mache mal in der luft ich mache mal einen endertest stark wolfgang kommentar hier einschieben ich bin tot ich bin tot oh nein ich wurde nicht mal geschlagen ich bin selber runter ich habe mich hier extra eingebaut ich habe so angst mann komm bitte alter ich trau mich nicht in die mitte mann ist da gold ich will nen weg bauen alter ich trau mich rein ach nein achtung scheiß ich darf nicht schreien mann halt die schnauze bau dich nicht zu dumm ein oh ne oh ne zack doch was winko du sagst nur oh ne ach winko mach mir bitte blöcke ok ich muss hier bisschen stellung bewahren äh behalten stellung aufstellen nuuuu achtung winko da kommt jemand und tot ok wir haben sich einfach so behindert hoch gebaut nein ich wusste ich wusste alter war das grad gut von mir oh mein gott ich wusste die ganze zeit dass da jemand kommen wird also ich wusste nicht dass er kommt aber ich dachte mir so ich kann doch nicht so viel glück haben und bis jetzt wurde ich immer runter geschlagen irgendwann und ich höre so falsch an dreh mich um Achtung und schlag den so runter alter wie gut bin ich mann aber ich hasse das so so alter ich hab grad übelst den schock bekommen man hat nur gar nicht gemerkt oh mein gott alter scheiße man unser bett ist echt scheiße eingebaut dafür stimmt die wollen zu rot nein doch immer wenn der will immer zu rot dann sieht der dass ich schieß und dann kommt der zu mir das hat er schon mal so gemacht so ein dummer spaß entscheid dich oh 16 gold davon könnte ich ein paar endochests machen so pass auf dass niemand durchkommt und wenn jemand durchkommt sag okay ich baue nämlich jetzt alles ab so so alter war ich grad erschrocken oh 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 winko sag was jetzt mal ganz ehrlich an alle die jetzt tot 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 achtung okay jetzt denken warum machen die sowas ich mein wir wollen hä wir wollen einfach gold warum sollten wir uns am anfang hoch bauen dass alle anderen gold bekommen das ist einfach doof ach warum sollte es verboten sein in der mitte zu sein und aufs gold aufzupassen ich meine es okay wenn man nicht die ganze zeit bau spammt ist verständlich dass man das nicht will aber so dass wir in der mitte soll man denn absichtlich wenn man in der mitte ist der rote ist da hinten man soll man dann absichtlich zurück zur base so jetzt sind nur noch wir gegen lila da hab ich nur roten ausgeschalten jetzt sind wir wirklich nur noch gegen lila ähm jetzt sind wir an dem punkt wo wir eigentlich rushen können was heißt rushen angreifen ja rushen achtung ah da will er rushen okay ist doch klar deren battle ist so scheiße eingebaut wir können die eigentlich locker jetzt töten wie viel gold hast ich hab noch eins übrig weil ich hab ein schwert hm ja dann brauchen wir schon noch eine enderperle das ist schon ein risky weg alter manch also ich mach mir ne enderperle ich mach mir auch sammelfight so ich mach mir jetzt ne spitzhacke und gold ähm ich mein ding du weiss du weiss oder du weiss du weiss du weiss du weiss du weiss im blöding oh perfekt dann mach ich dir auch eine oh er baut sich hässlich als ob ich nicht treffe als ob ich ihn nicht treffe als ob ich ihn nicht treffe er ist tot ich baue mich mal ein bisschen hoch ok Achtung Achtung pfff weiss ich will jetzt mal bisschen ähm enderperlen action besuchen zu machen ach danke dass du mir auch eine gemacht hast ja ich hatte ein gold noch das hab ich dir hingelegt ja ich hatte ein gold noch das hab ich dir hingelegt war noch nicht mehr nice tun sie dies hei jeeeja malo ha 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 halter huuuu oh all ihr mann war das knapp so richtig brain afk lyla kommt gell hm nach dem tod stark jetzt komm jetzt komm stark wie mein eigentlich alter ich hab den im flug nach unten der hat mich runde geschlagen noch getötet alter hab ihn ahhh nice alter gt viel zu gut gute runde gt 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 hicks alter wir sind einfach viel zu gut das sieht man mal wieder euch hier dran nice hicks liebe Zuschauer das sieht man in der ersten Folge badwars wie gut wir sind ähm ja vielleicht solltet ihr die dann mal anschauen also Also, danke nochmal fürs Zuschauen, wir sehen uns dann ein nächstes Mal. Genau, ciao, ciao. Ciao.